Der Kickstarter-Review-Stream, wo großartige technische Errungenschaften reviewt werden. Live. Mit mir. Stay. A Genius Pack Supercharger. Smarter Carry on Luggage. Da sind schon viele Franken drin, halt. I love to travel. And when I travel, I like to have my things organized. Bruder, du hat das... Ey, noch nie hat jemand emotionsloser was erzählt. I love to travel. And when I travel, I like to have my things organized and accessible. Ich mag streamen. Und wenn ich streame, dann mag ich besonders Twitch Prime. Denn Twitch Prime gibt mir die Möglichkeit, meinen Lebensunterhalt zu finanzieren, weil ihr kostenlos mit der Synergie von Amazon Prime 45 Emotes abgreifen könnt. Subscribet mich heute. Wir sind die Kreatorinnen des Luggage, das bester Carry-On-Bag von allen größten Namen in Travel. Travel und Leisure, du nimmst es. And now we're raising the bar even higher. What we have designed is the upgraded model of our enormously successful Carry-On, which we have shipped to tens of thousands of fans across the globe. Meet Genius Pack... Vielen Dank für die großzügigen Primes. Supercharged. Android-Devices and also recharge the luggage itself. Is that enough? Sagen Sie, entschuldigen Sie. Ähm... Sir, haben Sie, äh, haben Sie hier, äh, Strom? Klar, wofür? Äh, ich muss meinen, äh, muss meinen Koffer neu laden. Take my word, we did not cut corners on quality. The external shell is 100% polycarbonate. The stuff they use for bulletproof materials. But what really makes this bag great is in the inside. There's category compartments for tech. Sock. Ach, du scheiße. I'm Thomas, I'm Christian. And we are the Germans. We love to play with fire. Well, sometimes it gets a little bit out of hand. Ja, sie sind halt the Germans, Bruder. Also ich würde sagen, die haben noch 31 Tage verbleibend und die haben von 11.000, die sie wollten, 256.000 bekommen. Ey, manchmal denkst du, du musst nur so eine Kickstarter-Kampagne machen, so mit so einem German, mit so einem German-Akzent und irgendwas richtig Cooles. Einfach sich drehen lassen. Und für, also beispielsweise hier, äh, hier haben sie Feuer genommen. Wir machen das Ganze einfach mit, äh, was ist denn extrem geil? Wir machen Eis. Wir nehmen einfach Eis, das sich dreht. Also du kannst da unten, äh, so eine Dings reinmachen, so Eis, und dann dreht sich das einfach. Oder Wasser oder Salz. Oh mein Gott, ich kann betreutes Tweeten machen. Betreutes Tweeten auf Kickstarter? Das wäre doch was. Einfach so Musik drunterlegen. Hello. It's me. This day. Did you think about the recent developments regarding the EU-reformers of the, äh, Copyright-Richtlinie? Yes. That's why I thought. And because of that, we are making betreutes Tweeten, Bruder. And now you think, what? And I think, I understand you. Betreutes Tweeten is the possibility to make your EU-Abgeordneter understands Internet even better. Make them see how you see. Make them feel how you feel. And tell them finally to go fuck themselves. We need your money to buy to buy the anonymous hacking group and make their accounts ours. And so we can betreutes them. With with or without their willing. We will force them. Support us now. Warte mal. Ja, das war gut. Okay, 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 das ist geil. Das ist geil. Ich will einen Burrito auf dem Tisch. Nochmal bitte. BAM! Alter, okay. Ich muss mit Dizzy ein Burrito, Throw Throw Burrito spielen. Throw Throw Burrito, da sehe ich mich. An dem Content sehe ich mich. Ich will im Kreis stehen, in der Nähe ein Burrito. Und wenn ich die Karten habe, will ich ein Burrito werfen. Aber sowas von. Den Link teile ich gleich. Oh, das ist ja super geil. Dieses, also das ist schon geil. Das ist echt cool. Game is family friendly, so you can play with anyone. Kids, teens, adults, even your great-great-auntie. We recommend playing this in a room that has space to run, dive, hide, scream, flex, strafe, squeal and cower. We recommend you do not play this in a room that is full of antiques or fancy dishes or big whiny babies. We recommend playing this with the heart of a champion and the athleticism of a cheat. We recommend winning, not losing. If you are into these recommendations, if you are into the idea of weaponized Mexicans food, you are into the idea of... Was für ein großartiger Jarvis-Spot. Unglaublich. Der ist ja großartig. So, weiter geht's. Ah, irre. Hey guys, after two Kickstarter-Kampagnes, Bonestar raised a quarter of a million dollars and helped in everyday life for more than 5,000 customers. A huge thank you. Your support is greatly appreciated. It's a fest. Now we're so excited to come back with the next story. Introducing Fonester Zet. And Fonester Zet Tablet. The new Fonester idea is a completely redesigned holster for your... Ey, Jerome. Jerome, mach mal den... Mach mal den Kompressor an. And Fonester Zet Tablet. Jerome, den Kompressor. Wie weit? Voll. Mach ihn voll. Ja, voll auftreten. The new Fonester idea is a completely redesigned holster for your... Phone, Wallet and other EDC-Items. We took every single part of the previous generation product. Ja, was haben wir? Wir haben ein bisschen rauschen. Ist egal. 20 zu 1 Kompression. 20 zu 1 Kompression. Voll auftreten. Na klar. Mach mal. And changed the way it works. The design of the pack was changed to Fonester-Style. Puh. Hehehehe. Puh. Puh. Und wir reden von Style. Und dann ist in der nächsten Szene so ein Typ, der sein Bauchladen runterklappt. Puh. 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 Also, ich tue mir leid, ne? Aber das ist harter Müll. Puh. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017